Wie ist der Dach? Kein Austausch, nein. Ahh! Guck über meine Schulter, Bruder, alles gar alter! Hallo? Müssen wir das... Essen. Geil. Müssen wir die Ehe vollziehen. Und wieder? Ich glaube, du weißt nicht, was das heißt, oder? Wäre das schlechtes Tag, ja. Und wieder? Ja, hat weiß. Da weiß ich dich nicht erinnern. Ich muss nur daran erinnern, wir haben das auch schon gemacht in dem Spiel. Machen wir jedes Mal, wenn wir jemanden umgebracht haben. In der La- in der Blutlache. Das flutscht besser. Oh, ich hab's doch nicht erkannt. Warum treibst du mich immer zu solchen... Warte, warte, warte. So genommen und ich bin wieder. Tschüss. Warte, warte. Keine Ausdau... Nein! Ah! Gleich ist es ins Wasser gefallen. Ja. Warte, warte. Warum ist noch nicht ne Stunde vergangen? Ja, Zeit funktioniert nicht so, Daniel. Warte, wo kommt denn der Thron jetzt auf einmal her? Bei mir war der grad weg. Da saßen nur die zwei Stühle hier. Ich meine, er hat nicht mal ne Lehne. Wie behindert es das denn? Ich will den anderen. Nein, da muss ich nicht. Das hört mich so an. Was soll ich tun, ey? Was soll ich tun, ey? Hey! Willst du mich verarschen, Daniel? Du, was? Ich hab Spit eingegeben und der steht einfach auf und macht gar nichts. Der hat doch gespuckt. Ja? Ja, bei mir hat der gespuckt, ey. Bei mir steht einfach nur voll episch auf und hat gar nichts. Ja, ausgerechnet. Der rutscht nur so ein paar Zentimeter nach vorne. Aber bei mir spuckt der. Aber bei mir spuckt der. Was? Der Thron kann in der Zeit nicht ausbrechen. Ich hab dich voll gerotzt. Ja, jetzt müssen wir uns gegenseitig anspucken, Daniel. Ja, ne, warte mal. Na, man likes halt ich mal. Warte. Ja, ich muss nur noch Enter drücken. Ja, ich auch. Drei, zwei, eins, los. Hört aus. Hört aus, als würden sich irgendwie so zwei Ghetto-Typen irgendwie so... Okay. Warte mal. Die so an der Schulter so... Pfff. Geht, Bruder. Okay. Drei, zwei, eins. Aufmerksam. Tut irgendwie aneinander vorbeispucken. Warte mal, ich guck. Wir haben da echt lange mal. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Über die Schulter, über die Schulter, das ist ne neue Begrüßung, ey. Spuck über meine Schulter, Bruder. Alles klar, Alter. Spuck der hinteren Person in die Fresse, ey. Also begrüßen wir uns hier im Ghetto. Ja, super, ey. Ich will gar nicht... Ey, ich fang jetzt nicht so an, dann fang ich wieder an, Geschichten über deine Familien zu händen. Was war denn dat denn? Hat das denn jetzt gemacht? Oh Gott, ja. Der heißt Gibby... Gibby McNuggets. What? What? Was war dat denn? Hast du den gesehen? Da haben sie auch geändert. Jetzt stehen hier sogar Sachen zur Auswahl, wenn du da was eingibst. Ja, ja. Das mach ich ja die ganze Zeit. Point D, Point R, Point U. Uh, ein Ozon noch. What? Was willst du von mir? Was ist das, oder? Das hab ich eigentlich nicht so geplant. Was wird dat? Jawoll. Fuck! Mach an. Das würd ich ja... Ja, mach mal an. Warte, ich bring die eben um. Ich hab keinen Bock jetzt wegzurennen, ey. Ich hab keinen Bock jetzt wegzurennen, ey. Ja da, man. Müsst du festgehen. Verhaftet den. Ich trug den ganzen bestimmt nicht. Das wollt ich gar nicht mal. Ich hasse den, ey. Hat dort niemand gesehen. Ich hab das falsche Werkzeug. Wäre so perfektes Intro-Material. Ja, super, ey. Die Leiche liegt da gerade noch, Daniel. Wir versuchen unsere... Tat zu verbergen. Was ist denn dat für'n Wort? Was? Aber sieht nicht nur gestört aus. Warum sieht das so bescheuert aus? Das findste gut, oder? Ja. Müssen wir einfach Reino bei irgendwelchen Spielern machen. Verfolgen die einfach über den und machen den. Wir machen da sogar Synchrone. Ja, bei mir nicht. Bei mir schon. Ja. Guck mal da. Guck mal da. Guck mich mal an. Was machst du, oder? Yeah. Ja. Das ist zur Seite lehnen. Lean inside. Wieso hast du dabei die Arme verschränkt, ey? Machst du einen auf dir, oder was? Ich hab irgendwie so bei mir die Arme so zur Seite... Na ja. Genau so. Ja, lass uns an den Tiger da dran lehnen. Mach ein Foto mit der ganzen Familie. Ja, du bist nicht so bei mir. Ja, du bist nicht so bei mir. Na ja. Du bist nicht so bei mir. Ach, ich bin so bei mir. Ich bin so bei mir. Ich bin so bei mir. Oh, das ist toll. Das ist gut. Warte. Ha, ha. Der guckt auch da oben unten. Ha, ha, ha. Wehmach, ja. Hast du bloß. Das findest du gut. Ein Beta des gegen der Luft lehenden Spastik. Einen Follower hast du. Ein Beta des gegen der Luft lehenden Spastik.